Bist du auch in Kavala? Jalla Jalla? Ja. Schmolle alter. Guck mich gerade an. Schon ein bisschen Angst. Jetzt weiß ich wieder nicht wo ich lang muss. Weil ich so kompetent bin. Oh ich bin doch nicht in Kavala. Hä? Ich habe auch Kavala angewählt. Das halte ich für eine Lüge. Ach ne ich war mit der Karte gar nicht in Kavala drauf. Sehr sehr geil. Bist du jetzt irgendwo anders? Ne ich bin in Kavala. Ah ok. Wird ganz schön dunkel hier gerade. Ich finde das geht voll klar. Ich hol mir gleich jetzt mal Lightvision glaube ich. Also wirklich. Oder ich habe ja jetzt auch gleich wieder mein Auto. Das heißt ich habe ja dann Auto Licht. Ich hoffe zumindest dass ich gleich ein Auto habe. Dass das nicht weg ist. Weil ich habe das letzte Mal einfach stehen lassen. Wenn dann habe ich halt ein Quad. Kann man denn das Lightvision kaufen beim Markt? Denke ich mal. Was machen wir dann? Wo kriegen wir am besten Kohle her? Äh ich hoffe jetzt aber sowieso erstmal vor zu gucken beim. Ich sammel dich am besten erstmal ein. Warum fahren wir denn nicht mit meinem Auto? Weil ich mein Auto gerade ausgeparkt habe. Aber ich habe ein viel geileres. Ja das können wir auch viel geiler kaputt fahren. Ok. Stimmt auch wieder. Damit können wir Farmen gehen wenn wir. Wenn wir nichts leisten können. Was wahrscheinlich der Fall sein wird. Jetzt fängt es wieder an zu regnen bei mir. Äh wo sammel ich dich denn ein? Ghost White hat Ghost White Speedboat Minigun beschlagnahmt. Oh die Speedboat mit Minigun. Das finde ich ein bisschen erschreckend. Ich habe nicht mal so viel Geld. Ich habe 100.000. Ich habe noch 2.000. Die Frames sind echt nicht so premium ey. Obwohl ich schon voll runter gestellt habe jetzt. Ist geil wo findet man dich? Auf meinem Markt. Muss ich da jetzt unbedingt mit meinem Auto rein? Boot Lizenz. Flug Lizenz. LKW Lizenz. Kost 35.000. Ok. Ich denke mein LKW wird bestimmt 400.000 kosten ey. Ich gehe mal gucken. Kann man die da kaufen? Ja. Ich dachte man muss zum LKW Händler. Nö. Kannst du auch zum Hammett kaufen glaube ich. Tanklaster ist das doch oder nicht oder? Nee. Ist kein Tanklaster. Stimmt. Dann scheint man echt alles da zu kaufen. Obwohl da steht nur Autohändler. Kann man da einen Hammett kaufen? Hier ist der LKW Händler. Nee. Es gibt einen extra LKW Händler. Ich muss meine Tastenbelegung echt nochmal neu machen. Weil. Mir ist aufgefallen. Ich habe M zum Beispiel als Map-Taste überhaupt nicht zugewiesen und so. Ja. Ja. Richtig premium. Habe ich richtig gut überlegt. Was ich alles brauche und was nicht. Ich möchte jetzt nicht direkt zum Markt fahren. Das ist mir zu riskant. Wo bist du denn? Wenn du auf den Markt drauf guckst und dann rechts die Straße hoch. Da warte ich. Nicht weit. Bist du der der auf der Straße läuft? Ja. Okay. Ich bin das Auto was da ist. Dann können wir mal eben zum LKW Händler fahren und gucken was die Scheiße uns kostet. Da kommt erstmal ein schönes Desen-Quad. Oh ja. Oh ja. Gib's dir hart. Hallo. Also vorne lang rennen. Ist nicht auf übrigens. Achso. Warte. Scheiße. Funktioniert meine Sprach-Taste nicht? Nein tut sie nicht. Oh warum nicht? Da hat das Code gerade mal krassen Abgang gemacht. Warte mal. Ich muss mal den raus tappen. Ah. Jetzt funktioniert es auch. Wir müssen immer noch gucken wie man nicht stammt oder wie man sich nicht stammt. Ach stimmt. Haben wir auch noch nicht gemacht. Wir geilen Könige. Das war das Quartier hier auch? Das ist ein Lagerfeuer. Das hat da einer gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht wie wir da am besten hinkommen. Ich fahre auch viel zu schnell schon wieder. Hast du hier schon ne Markierung gesetzt? Ja. 400 Meter in diese Richtung so ungefähr. Da ist ja glaub ich Wiese. Ja. Ach hier ist ne Straße. Ah cool. Cool. Ich find mit Licht geht das doch bei Nacht. Ja stimmt schon. Nachtsicherheit wäre ja echt schon Vorteil. Dann könnten wir jetzt auch mal ein paar andere Sachen abziehen hier. Ja genau. Weil wir immer noch keine Waffe und nichts haben. Aber Eisen können wir doch handeln. Ja ich hatte ja eigentlich auch vor jetzt erstmal legal etwas Geld zu machen damit wir uns dann... Wie viel macht man denn mit Eisen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaub wenn man aber ein Lkw voll macht dann kann man da schon ein paar hunderttausend mit rausholen. Dann brauchen wir doch aber auch ein paar Pickaxes oder nicht? Hm. Ja und die kosten was? Einen Tausend. Alter. Ob ich das nochmal zusammenkrieg? Wie gesagt 100.000 hab ich. Wenn das jetzt noch viel ist was wir brauchen ey. Dann müssen wir echt nur zusehen. Wenn wir das am besten anstellen. Hm. Oh jetzt kommt der Regen bei mir. Halleluja. Gut das der nicht laut ist. Du hast einfach durch den Zaun durchgefahren. Ja bei mir war da auf. Wo war der Zug? Ah. Hilfe. Und was hat der Herr zu sagen? 99.000. Der kleinste oder was? Ja. Großkosten alle bisschen mehr. Alter. Das ist dieser winzig kleine. Oh das ist ja voll scheiße. Mit Transports. Eine Million. Ne. 2,4 Millionen. Eieiei. Boah wir könnten aber so einen etwas größeren mieten. Ja da müssten wir aber auch in der Zeit ganz schön krass was machen. Weiß nicht ob das. 36.000 müssten wir rausholen. Da ist die Frage kaufen wir jetzt den kleinen Truck. Da können wir 160 laden. Ja. Da kaufen wir oder miete ich einen Transporter wo wir 300 reinkriegen. Ja dann müssten wir ja auch jetzt gezielt wissen was wir machen wollen. Und geworfen wir von LKW Lizenz. Scheiße stimmt. Dann können wir uns sowieso nicht. Dann können wir uns den kleinen auch nicht leisten. Ja und was wollen wir denn da überhaupt reinladen. Ja. Okay wir sollten vielleicht erstmal die Lizenzen kaufen und dann gucken wie viel über bleibt oder? Ja. Ah Bullshit ey. Also entscheiden wir uns jetzt einfach mal für Kupfer zum Beispiel. Was ja für den Anfang dann das nächste sein soll. Rein theoretisch. Aha. Kupfervorkommen. Ich kann gerade mal gucken. Aber das ist ja gleich um die Ecke hier. Wo ist der Kupfervorkommen nicht? Kupferhändler da. Muss man das Kupfer veredeln, oder kann man das so verkaufen? Kupferwerk. Wir müssen zum Kupferwerk dann fahren. Guck mal gerade mal, wie man Spieler stummt. Das ist eine sehr gute Idee. So, da müssen wir jetzt hin. Alter, der Regen von draußen, der ist aber auch mega laut. Kannst du den schon hören über TS, ne? Naja, aber ich kann den von draußen hören über die Ohren. Ist ja auch okay. Wenn du den TS hören würdest, dann wäre er wahrscheinlich ja auch in der Aufnahme. Wo ist denn hier die nächste Straße, verfickte Scheiße? Fahr mal querfeldein. Es sah jetzt nicht so aus, ob hier da irgendwie so ein großer Umweg wäre. Es sah eigentlich aus, als ob das direkt neben uns wäre, verdammt. Ah. Gott. Ist im Game fahren, das ist mir aber auch nicht so... Das liegt mir nicht so, glaube ich. Der Preis für Eisen ist gestiegen. Geil. Wir konzentrieren uns jetzt auf Kupfer, ja? Wir sind jetzt Kupferhändler. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü denn hier ab? okay ich denke mal hierfür braucht man nicht mal unbedingt die Lizenz an sich fürs abbauen? ne ich finde hier gerade keine Lösung da braucht er wahrscheinlich irgendeine Pickaxe ich habe auch keine Lizenz und dann soll ich mir meinen Führerschein holen fahren ohne Führerschein, was kostet das? wahrscheinlich genug äh Auto wieder aufschließen oder ist Auto abgeschlossen die Sau? aufgeschlossen? abgeschlossen, sehr sehr gut also müssen wir zur Kupferveredelung fahren und da ausprobieren Ölvorkommen Kupferwerk das ist eine ganze Ecke weg das ist echt eine ganze Ecke weg holy moly mhm irgendwie irgendwie ich dachte wir reden jetzt sowieso noch nicht und niemand erstmal hier losfahren es ist jetzt auch nicht so ultra dramatisch finde ich ja aber ich finde es ein bisschen scheiße es ist nicht so dramatisch aber ich finde es schon ein bisschen scheiße danke Pascal danke sag mal crazy ich stimme dich so sauber mal mach mal kurz dein Licht aus wie du machst mein Licht aus mach mal kurz dein Licht aus mit dem Auto und dann fahren wir jetzt so das ist echt eine ganz tolle Idee ich sehe ja so schon so gut wie gar nichts ich sehe ja so schon so gut wie gar nichts so wenn jetzt so eine steile Kurve kommt oder so dann sage ich nur schonmal tschüss ne oh hier kommt ne Kurve tschüss tschüss tot dann kommt wieder die salte brrrrrrrrrr wo wollen wir denn hin fahren? wir fahren mal zur Kupferverarbeitung da müssen wir uns nämlich die Lizenz kaufen anscheinend Kupferhändler? nee nee Verarbeitung Das ist die Autobahn ein Stück hoch. Eine Sandverarbeitung. Jetzt verarbeitet man Sand zu Sand. Kupferwerk. Kupfer Ölraffinerie. Stück. Was meinst du mit ein Stück? Fünf Kilometer. Hilft dir total weiter, ne? Ah, okay. Das ist noch nicht so schwer zu finden, weil du suchst ein Stück raus und dann ist da Kupfer irgendwas. Stell dich doch nicht so blöd an hier. Ja, aber... Ich bin blind auf beiden Augen. Das ist eigentlich der Schwarzmarkt. Können wir da auch hin? Ja, können wir eigentlich auch mal vorbeifahren, wenn du das möchtest. Um da mal zu gucken, was das kostet, weil da kriegen wir bestimmt Waffen her. Ja. Würde mich auch mal interessieren, was für Waffen. Es ist hier die Aufklärungsrunde jetzt. Oh du Scheiß, ich find's nicht. Mein Gott, das ist ja echt traurig. Wir sind ja gleich da, aber es ist gar kein Problem. Okay. Weiß immer noch nicht wie du heißt. Ich glaub hier müssen wir abbiegen. Geht das denn nicht bei mir? Nee. Soll ich's dir, soll ich's dir etwas sagen? Nee, wenn ich mich mal wieder aussteigen, seh ich's ja. Okay. Das ist auch nicht so witzig. Ich fand's schon witzig. Und du findest das wahrscheinlich nicht so witzig. Bist du die Deepa? Nein. Was wär denn da noch witzig? Ich bin der Mountain. Oh nein. Der Mountain und die Deepa. Oberin nenn ich mich. Ist das nicht auch so ein Tide-Oberin? Also so ein... Ja, aber nicht so geschrieben. Weiß ich doch, Mann. Mä, mä, mä. Bin behindert oder was? Ich bin behindert auf beiden Augen sogar. Ich glaub ich bin falsch abgebogen, aber... Na vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt so ein Hemet von vorne. Oh ja, wir müssen irgendwie anders fahren. Ich fahr mal eh so lang. What the fuck? Ich hab irgendwie das Gefühl, das ist keine gute Idee. Oh, da sind Steine. Ich muss mal in die Außeransicht gehen. Was sind die hier? Ja, so ein komischer Zaun. Kommt die Bützei. So ist es, wenn wir gleich bei The Forest reinfahren. Alles cool. Ich weiß genau, was ich hier tue. Denken wir Gieren hier mit Drogen oder so? Ja. Wir werden gleich erstmal geprüft hier. Wann das Ding? Hört sich so an. Oh, der beobachtet uns doch. Mach Licht aus. Kommt gut. Nein, wir halten uns hier an die Straße Verkehrsordner. Ich höre ihn auch schon an. Wenn ich weiter uns anhalten will, wir dachten wir hier wäre eine Straße. Warte, wir haben uns verfahren. Wir sind neu. Ist ja wohl kein Verbrechen. Wir sind hier vom Straßenverkehrsamt, die hier eine Straße durchbauen wollen. Wir prüfen. Wir prüfen das Gelände. Wir müssen gerade das Land hier prüfen. Wir prüfen das Gelände. Die Masse müssen wir prüfen. Ja, wir müssen mit den Landwirten auch handeln. Mit den Farmern. Wir sind von einer Drilling Company. Drilling Company. Und hier ist doch eine Straße sehr, sehr gut. Ich glaube man hätte irgendwo später abbiegen müssen. Das ist auch 800 Meter, weil theoretisch ist das nicht so weit. Jetzt fahren wir irgendwie so dran vorbei. Siehst du da hinten, wo das Licht ist? Äh, ich bin die ganze Zeit im Cockpit. Ja, sehe ich. Ja, da müssen wir hin. Ich fahr mal so. Okay. Ich bete dafür, dass wir keinen Stein treffen, weil ich ja mal wieder keinen Toolkit eingepackt habe. Geschweige denn, dass ich einen Führerschein besitze. Ich besitze einen Führerschein. Okay. Wenn die Polizei kommt, dann muss ich ganz schnell rausspringen und du musst auch verwartet. Wir haben die doch am Anfang gekauft. Ja, aber ich habe ja auch jemanden totgefahren. Hast du den verloren, oder was? Ja, dann verliert man den sofort. Was ist der Regen wieder? Dann wechseln wir kurz die Plätze. Dann springe ich einfach so raus. Ich ejekte einfach. Den Ding kenn ich nicht, der war hier schon die ganze Zeit. Der ist einfach häusig, ne Bruder, ja gar. Häusig nicht. Ernst, Davon, ein Blumfeld. Versuch jetzt erstmal wieder. Versuch jetzt erstmal wieder. Mir schüttet das immer noch weiter. Das ist voll zum Kotzen, das nervt nicht voll. Das ist voll laut. Wenn das nur so nieselt, geht das voll klar, ne? Aber du bist dann leiser. Ja, aber dann höre ich ja nachher auch die Stimmen eigentlich nicht. Ja, dann machst du es halt wieder lauter. Ja, voll anstrengend. Also mach ich jetzt aber trotzdem mal, weil das nervt einfach. Configurieren. Audio. Voll geil, die Stimmen und die Dingens, äh, der Regen und so in eine Dingens zu legen, ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Ist auf jeden Fall richtig gut durchdacht. Aber der Direct Chat soll ja normalerweise auch nicht genutzt werden. Also... Militärtechnisch macht das auf jeden Fall keinen Sinn. Ja, aber wenn die das jetzt so sehen, dass es mit altes Leib hier abgeht, können sie das ja immer ruhig mal einfügen. Ja, ich glaube nicht, dass das so der große Aufwand wäre eigentlich. Ja, da fliegt doch ein Hubschrauber rüber bei den Kopfhändler noch nicht. Ja, ich denke schon, dass da auch nicht was los ist, da... ...farmen die Leute ja auch. Da haben wir gleich erstmal ausgeraubt. Wir haben doch gar nichts. Ich hab nicht mal einen Führerschein, ich hab gar nichts. Oh, voll abgehoben eben mit der Karre. Pass mal auf, wo du landest hier. So, Skypie sind da. Kann ich aufsteigen. Jetzt aber. Bist du raus? Ja. Sehr, sehr gut. Was, wie heißt du? Reinstgeist? Verstehst du nicht, ne? Nee. Reinscheiß, weiß ich, Mann. Kupferverarbeitung kostet 20.000. Ah, ist nicht genügend Geld für eine Kupferverarbeitung. Hallo. 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 Hallo, stehen bleiben. Okay, pass auf. Hallo, stehen bleiben. Hallo. Oh, wo schießt der Typ da? Hallo, könnt ihr antworten? Ja, ja, ja. Ja, ich kann antworten. Habt ihr welche von dem KKK-Clan gesehen? Wir suchen die nämlich. Äh, nee, wir sind hier gerade nur mal hochgefahren, um zu gucken, wieviel Kupferverarbeitung kostet. Also ihr habt nicht White Life oder Black Death gesehen, ja? Nee. Nee. Ich bin nur, ich bin nur zum Vögeln hier. Glückstag. Dann können wir ja wieder fahren. Hallo. Hallo? Kannst du auch reden, oder? Ja. Der ist auch schon 12. Okay, hast du einen vom KKK-Clan gesehen? Black Death oder White Life? Nee. Ja, das ist doch heute der Glückstag. Tschau. Jetzt kann ich steig ein. Bin die witzig? Steig ein, Mann. Ich möchte abschließen. Angst. Nicht, dass die mich rein scheißt. Aber das ist schlecht getrennt, das Wort, oder nicht? Das merkt man ja. Weiß nicht. Da checkt man nur, wenn man geil ist, weißt du? So gefällt mir das. Aber Reinsch. Reinsch heischt scheißt. Ich finde, er hättest du nicht so rein und dann scheißt, oder ne? Ich habe erst Reinsch gehabt, also Reinsch scheißt. Heißt also dann nur als Nachname, aber... Ne, so fand ich das geiler. Ey, pass mal auf hier. Der zieht ja ganz schön ab, was ist mit dem los? Also brauchen wir jetzt 20.000 für diese Kupferverarbeitung alleine schon. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch irgendwelche Pickaxes, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Bist du da auf dem Stand des Wissens, Pascal? Pickaxes brauchen wir und, ja. Also machen wir jetzt quasi erstmal so einen Check, was das einbringt. Was sagst du dazu? Ja. Dann holen wir uns jetzt Pickaxes und gehen mal ein bisschen die Karrio voll machen. Auch wenn das nur 3 Cent wahrscheinlich einbringt. Ja, aber Pickaxes brauchen wir, wir müssen ja mal wieder nach Cavalla. Das ist wohl wahr. Dann kann ich doch auch mein Auto auch gerne mitnehmen. Das ist natürlich auch wohl wahr. So, müssen wir da zum Markt? Was sagst du? Wahrscheinlich, ne? Ja. Gibt's dir keinen nähergelegenen Markt? Aber leg mich erstmal bei der Garage ab. Leg mich ab. Ich setz dich nicht auf, ich leg dich dahin. Alter, hörst du? Ja, das ist... Boah, ich hab ja keine Angst, ich bin ein harter Hund. Da ist der Markt. Oh, ist der voll scheiße, ey. Könnt' ich ja schon wieder reinscheißen. Das sind meine Mertnicher. Okay, also muss ich dich jetzt bei der Garage absetzen? Oh, ich hab gar nicht... Ich hab gar nicht nach hinten geguckt, als ich ausgeschert bin. Ich bin ja eine Gefahr für die Straße. Ach, ich hab keine Angst, ich hab ja nix. Ähm... Ähm... Sehr, sehr geil. Schlüsse auf! Was? Ach so. Jetzt ist unsere Karte kaputt, wir können sie nicht reparieren. Nein! Hallo Mr. Helikopter, würden Sie uns bitte helfen? Kann man bei der Tanke sowas kaufen? Doch, ne. Dann müssen wir jetzt trampen, ja? Sehe ich das richtig? Oh, ich guck mal. Doch, bei der Tanke kannst du das, glaub ich, kaufen. Aber... Ach, da müssen wir jetzt... Ach, die Tanke ist da vorne. Und da vorne gibt's auch ein ATM. Ah, okay. Ist gar nicht möglich. Steht doch einer mit dem Auto, oder nicht? Warte, ich muss mal hinten. Ich bin grad auf der Map. So. Wo? Hier steht doch einer. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Wo bist du? Hier fällt doch gar keiner vorbei. Hallo, hallo, warte mal, warte mal, warte mal, bitte. Warte mal, bitte. Warte mal, bitte. Nicht. Ach komm, wir laufen kurz die Straße hier hoch. Das ist nicht weit. Nee. Verdammt, Mann. Der hat doch... Der hat doch... Der ist voll grob auf mich zugefahren, der Junge. Also... Das war schon grob fahrlässig. Ist hinter mir? Hallo? Ich seh dich kaum. Es wird immer dunkler auch. Gar nicht dunkel. Also, ich kann doch sehen. So ist nicht. Weiß nicht, wie das bei deinem Monitor ist. Da hinten ist auch die Tankstelle. Immer dem Licht nach. Hat so'n Ding 1000 gekostet? Da brauch ich nicht mal zum ATM. Das wär ganz gut. So'n Code, ey. War das Ding nicht aber auch in die Leitplanke reingebuckt? Äh, ja, der wird da rausgebuckt. Da kannst du einfach rausfahren. Das ist gar kein Problem. Okay. Hallo, Mr. Tankstellenangestellter. Generous Store? Werkzeugkasten. Nein, der kostet 3000. Oh. Oh, ich geh mal eben zum ATM. Ist der hier in der Stadt? Ja, da hinten. Ist da gerade wieder was explodiert? Weiß ich nicht. Ich glaub, ich hab so'n Grollen im Hintergrund gehört. Ich hoffe nicht das Auto. Das wär schlecht. Wieder mal wieder zurück zum Auto, ne? Ja. Ja, das ist ne gute Idee. Kannst das sichern. Hau's einfach jeden kapott, der das klauen will. Schmachtisch kapott! Oh, voll klug, dass wir nichts zu essen und nichts zu trinken gekauft haben und einfach losgefahren sind. Mann, wir sind echt Profis, ey. Ich hab auch noch über 80. Ja, trotzdem. Mein Bildschirm, der flackert immer so rot auf. Wenn du verletzt bist. Heben wir mal 3000 ab. Scheiß, Umschalttaste ist noch an. Oh, abbuchen. Mann, 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 Mann. Junge, 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 Junge. Fällt gerade auf, kann die Ton ja wieder ein bisschen lauter machen. Das müsste man auch irgendwie hotkeyen können. Was denn? Ja, dass man so drei Lautstärke-Einstellungen quasi hotkeyen kann. Das würde auch schon reichen. Dass wenn ein Helikopter kommt, man nur ne Taste drücken muss und der Ton ein bisschen leiser wird. Das ist jetzt hier das Noob-Altest-Let's-Play. Wir können nicht mal Auto fahren, geschweige denn Toolkits mitnehmen oder essen. Wir lassen uns fast erschießen und überfallen, obwohl wir nichts getan haben, oder? Deswegen kommt das ja noch zweimal in der Woche, weil das so scheiße ist. Das ist so scheiße, das kann man gar nicht öfter bringen. Jetzt kommt das plötzlich zweimal, bis Kai mich dazu gezwungen hat. Ja. Ausgeweitscht. Geschlagen hat er mich. Mit dem Handrücken, damit es auch richtig zwiebelt. Ich zehre heute noch von den Verletzungen. Ich war nie mehr der Alte. Ich weine mich jede Nacht in den Schlaf. Ich weiß nicht, wo ich hier hinlaufe. Es ist fast so dunkel, dass ich gar nichts mehr sehe. Ich sehe immer nur die Leitpfosten. Da hangel ich mich so von Leitpfosten zu Leitpfosten. Da ist der Nächste. Ich hätte dir auch mal einen Autoschlüssel geben können, wa? Mhm. Ja. Lauter Dinge, die ich nicht bedacht habe. Ah, mein Typ fängt schon an zu stöhnen, ey. Hallo? Hallo? Hab ich den Game gar nicht gehört. Ich hab da auch nichts in den Gängen gesagt. Warte mal. Hab ich das gerade wirklich getan? Was denn? Ich bin echt voll der König, Alter. Also, ich geb dir jetzt jetzt meinen Autoschlüssel, damit du das Licht anmachen kannst. Dann laufe ich wieder zur Tankstelle, weil ich darauf vorbeigelaufen bin. Steig dir auf! Schlüssel. Mit U, ne? Ne, mit E. Ja, ich möchte nur, dass du das Ding auch wieder abschließt, wenn du drin sitzt. Weil nicht, dass sich da jemand reinsetzt. You know what I mean. Oh man, ich hasse mich gerade. Das war nicht kaputt ist. Ist es? Ja. Ja. Ich hab Licht an und Licht ausgemacht. Richtig geil. Ich hasse mich gerade sehr. Also, ich möchte mich gerade selbst ins Gesicht schlagen. Ich bin dir sicher einer Karre, wenn jetzt einer kommt und mich ausrauben will. Weil du auch so viel hasst. Weil du auch so viel hasst. Dass er den nehmen könnte. Ich habe, was ich auch korrekt kann. Ich hab keinen Fall verstanden, aber ist schon okay. Läuft bei dir. Mir läuft gerade gar nichts. Ich sitze hier mit einem Wald, ähm, mit einer scheiß Limousine, die nicht mehr gehört. Es tut mir ja alles leid. Ich bin halt, ähm, schlecht. Bevor ich irgendwas beanspruche, will ich erstmal in den Stimmbuch kommen. Oh, jetzt geht's los, Alter. Kinder-Kuschel-Clan. Ha! Clan-Wed-Kar. So, Market. Ach ne, wollte ich ja gar nicht. Okay, also nochmal. Generator. Hubst du da rum? Ja. Alter, wie laut ist das? Das ist ein Notrufsignal. Ach, hier gibt's auch Spitzhacken zu kaufen. Wir brauchen gar nicht nach Kavala. Rein theoretisch. Natürlich habe ich jetzt natürlich auch nicht genug Geld, aber... Naja, wir müssen... Religion-Zeit! Lass all up and blind! Kannst du ihn kreien? Ja. Wenn du dir dieses Mal mit der其實. Kannst du ihn kreien? Wir müssen dannst du mit dem Schein. Ja, wir sind sie mit. once progessen. Wir sind sie mit. Untertitelung des ZDF, 2020